Zwei Jahre nicht geraucht, aber auf so einer beschissenen Wiese sind natürlich überall Wespen, Fliegen, Schmetterlinge. Da hauen die ein bisschen ab. Wenn man die anfasst, ist es ganz merkwürdig, das ist so eine Mischung zwischen einem Gummibärchen und einem total starken Muskel. Die Butterflies sind kleiner als ich, aber es gibt viel mehr als ich. Ich glaube, ich muss meinen Platz noch finden in der ... in der ... in der Welt der Menschen. Die haben einen richtigen Wumms, also damit kannst du auch ein Kaninchen wegmachen. Das ist überhaupt kein Problem. Das war so. Aber als auch das ist. Ich-lama. Ich-lama. Untertitelung des ZDF, 2020